Herzlich Willkommen beim Sauter Shop bei freitags um vier. Heute haben wir was ganz Spezielles für euch. Ein paar von euch haben es vielleicht schon gesehen in unseren Social Media Beiträgen. Wir haben die Shaper Origin bei uns im Shop. Was macht die Shaper Origin eigentlich so besonders? Für welche Anwendung ist die Origin eigentlich gedacht? Und wie funktioniert das Ding technisch überhaupt? Brauche ich oder kann ich auch in meiner Werkstatt die Origin überhaupt nutzen? Das werden wir heute klären, also fangen wir an. Was macht die Shaper Origin jetzt so besonders? Es ist halt die weltweit erste handgeführte CNC-Fräse. Ja, ist es jetzt eine Handoberfräse oder eine CNC-Fräse? Naja, beides. Du führst sie mit der Hand, aber die Maschine kümmert sich darum, dass die Fräsung nachher besser aussieht, als wenn ich es per Hand gefräst hätte. Das heißt, wir haben jetzt das Beste aus beiden Welten in einer Maschine. Sozusagen, ja. Ja, feine Sache. Wofür kann ich sie denn jetzt eigentlich genau verwenden, die Shaper? Du kannst Beschläge einlassen, du kannst alle möglichen Arten von Verbindungen mitfräsen, Zinkenverbindungen, Box-Joints, sag du's mir. Ach so, ja klar. Wir können auch große Bauteile bewerkstelligen über das Shaper-Tape, kleine Bauteile mit der Plate oder aber auch stirnseitig eingebrachte Bearbeitungen über die Workstation. Und wenn ich sie mitnehmen will, packe ich sie in meinen Sustainer, nehme sie mit auf Baustelle und kann direkt vor Ort in Bestandsteile, in eine Theke noch ein Logo reinfräsen oder was auch immer mir einfällt. Jetzt haben wir da so viel Technik drin. Wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Ich habe hinten an der Kamera, hinten an der Maschine, habe ich eine Kamera. Mit der kann ich meine Arbeitsfläche einscannen, also meine schönen Dominos, die ich entweder mit dem Tape oder eben von der Plate habe. Und damit weiß die Maschine quasi, wo sie zu Hause ist. Ach so, okay. Das heißt, durch diese Dominos und das Einscannen interpoliert die Maschine ihre genaue Position. Ganz genau. Und deswegen ist auch alles, was du hier oben auf dem Display siehst, nur Fake. Die Kamera hat vorher alles abgescannt. Damit weiß die Maschine, wo sie steht und zeigt mir eben nur an, wie dann später meine Fräsung da unten aussehen kann. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich meine Hand vor die Kamera jetzt halte, auch die Hand gar nicht mehr im Display angezeigt wird. Ganz genau. Und dadurch, dass die Maschine eben genau weiß, wo sie unterwegs ist, kann sie halt beim Fräsen auch korrigieren. Das heißt, mein Motor ist gelagert und kann in jede Richtung einige Millimeter ausgleichen. Das heißt, ich muss eine Linie nicht perfekt gerade langfahren. Darum kümmert sich die Maschine. Dafür ist es auch eine handgeführte CNC. So, und jetzt werden wir euch noch die Technik zeigen. Wir haben mal was Kleines vorbereitet. Wir haben eine Datei auf unsere Shaper geladen. In der Kamera müsstet ihr es vielleicht auch sehen. Wir haben hier eine kleine Fräskontur. Und ja, wir machen das Ganze jetzt mal trocken als Air-Cut. Auch ein super Feature. Ich kann direkt bei meiner Frästiefe sagen, ja, wir machen jetzt einfach nur Air-Cut. Bedeutet, wir fräsen überall vom Material und schauen einfach mal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Legen wir los. Im Endeffekt muss ich hier nur einmal mein Knöpfchen drücken. Fräser fährt runter. Und dann kann ich hier versuchen, meine Kontur entlang zu fahren. Und man sieht schon, ich muss die nicht genau treffen. Die Maschine regelt immer schön nach. Und gerade in so feinen Kanten, wie es dann hier ist, kann ich einfach nur meinen Knopf gedrückt halten. Und dann fährt er automatisch möglichst innerhalb von meinem Kreis das Ganze nach. Und so kann ich hier schön mit Schwung immer zu meiner Kante wieder fahren. Und was passiert jetzt, wenn ich die Kontur verlasse? Wenn ich die Kontur verlasse, fährt die Maschine nach oben, so damit ich keine Beschädigung an meinem Werkstück habe. Und wenn ich wieder weitermachen möchte, fahre ich einfach wieder dahin, wo ich aufgehört habe, drücke einmal meinen grünen Knopf, Fräser fährt runter und ich kann wieder ganz normal weiter meine Kontur abfahren oder eben in den engen Kurvenbereichen auch automatisch abfahren lassen. Und so komme ich da eigentlich ganz angenehm, wenn man eben nicht trifft. kümmert sich die Maschine drum. Und weiter geht es einmal rum. So, letzter Versuch. Im Trockenmodus ist das immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich meine Kontur abgefahren. Mit der linken Taste kann ich den Fräser hochfahren. Und auf meinem Touch-Display sehe ich jetzt schön meine Fräskontur. Das Blaue ist quasi das, was schon gefräst wurde. Das heißt, selbst wenn ich zwischendrin Pause mache oder so wie ich nicht fähig bin, das Ding richtig zu führen und es immer wieder hochfährt, dann kann ich nachher sehen, ob ich denn auch wirklich alles erwischt habe. Super einfach, ziemlich praktisch und kümmert sich darum, die eigene Inkompetenz zu kompensieren. Cool, dann machen wir das Ganze jetzt aber auch mal unter Sparen. Na dann, machen wir gerne. Wir werden da nicht viel dazu reden. Ihr werdet eh nichts hören. So, hat gar nicht so viele Späne gegeben. Ne, wir haben ja auch eine Absaugung dran. Wäre ja doof sonst. So, könnt ihr sehen, was wir hier ausgeschnitten haben. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon von einer handgeführten CNC reden, dann fräsen wir uns auch eine kleine Metal-Hand aus. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen kurz auf kleine Details ein, die das Leben mit der Origin leichter machen. Und zwar eben, wenn ich hier eintauche und ich fräse, ungefähr hier entlang und warum auch immer, ich rutsche eben mal ab und verlasse die Kontur, erkennt das natürlich die Origin sofort und zieht den Kopf nach oben, damit ich keine Verletzung von meinem Bauteil habe. Der nächste Punkt ist, ich kann natürlich dann jederzeit wieder an der Stelle einfach mich händisch hinbewegen, starte meinen Fressvorgang wieder und fahre entlang bis zu einem Eck. Und ich könnte jetzt ganz klar dieses Eck wieder selbst händisch fahren oder ich lasse es auch ganz einfach von der Origin automatisch machen, indem ich einfach nur einen Knopf drücke und sie fährt automatisch hier rum und kann jetzt wieder händisch meine Gerade fahren bis zu dem nächsten kleinen Eck, positioniere mich, drücke den Knopf, sie fährt automatisch um das Eck und ich kann hier wunderbar das Ganze mir ganz fein von der Maschine regeln lassen und kann auch einfach wieder so schnell abbrechen. Letzte Frage, wer oder für wen ist die Shape Origin gemacht oder auch gedacht? Für jeden, ob Experte oder Einsteiger, durch die Features ist der Einstieg leicht und kann jegliche Arbeiten in meiner Werkstatt oder aber auch unterwegs auf der Baustelle damit lösen und bearbeiten. Und ich habe dann noch so nette eingebaute Features wie eine komplette Beschlagsdatenbank. Ich gehe einfach im Shaper Hub auf deren Webseite, suche mir meinen Beschlag aus, den ich gerne nutzen möchte, lade mir das direkt auf meine Maschine runter und kann mir sofort meine Topfbänder, meine Sassbänder, was auch immer ich haben möchte, direkt gleich in mein Werkstück einfräsen. Perfekt und passgenau. Von daher, gemacht für den Schreiner, für den Hobbyhandwerker, der wirklich professionelle Arbeit abliefern möchte. Der Schreiner, der nicht mehr seine 30 Schablonen braucht für verschiedene Varianten, kann jetzt alles mit einer Maschine erledigen. Super Sache. Für Hobby und Experten. Das soll es für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei Freitag um vier. Lasst uns einen Daumen da. Ihr dürft auch gerne Fragen stellen oder auch anrufen. Bis dann. Ciao.